ja ach so nur so ich hab jetzt vergessen wie man schreibt also das Video zellen ah, Empty Cell ganz einfach Empty Cell Empty, ja warte ich kann schon ein paar Crafts, ich hab nicht mehr wegen TIN dabei ach aus TIN warte ich hab TIN ok Judy hm hier was wo ok wo soll ich jetzt hin ja keine Ahnung, Narva suchen ok räumst du die Dinger aus was mach ich die Öfen ausräumen naja mach ich dann ok ich mach mich mal auf den Weg naja, viel Spaß danke wie die Bies ist noch nicht abgestürzt soll ich mal alle füllen oder nur ne, mach erstmal nur ein paar also nicht alle also nicht alle ok ich glaub wir machen irgendwie so nen unterirdischen Mien Dings zu unserem Lager, oder? eigentlich machen MainCard 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 Strecke ja weil das kotzt dir an dem rüber zu laufen ohne Witz vielleicht auch mit Witz haha ja der war so schlecht gell äh ziemlich so jetzt da gehts ich kam von da da und muss jetzt nach unten ne, da war falsch lass mich hier raus da wir brauchen erstmal ne Kistenordnung ja ganz oben sind Ärzte da der Rest ist egal pfff so, jetzt muss ich noch tiefer oh 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 ja komm explodier sehr gut ich hab kein Kabel dabei ich deb ja gleich ja geil tot? hm? bist du fast tot oder was? ne ne erst mal Kabel fahren und dann Erz finden cool ja, hey, jetzt sind in der Mine plötzlich ganz viele Zombies boah boah was sagen läuft bei denen, alter alter, meine Schwester geht heute den Film der Hobbit 2 anschauen geil äh, ich hab jetzt mal 22 was? Lava Lava Zellen ja, reicht erst mal reicht hm können sie dann immer wieder auffüllen ok, warte, ich mach mir hier ein Waypoint mit Lava dann dann Eisen wir haben warum warum? ich hab da ich hab nur ein Stack Eisen gesehen boah, ne oder? es muss so ne Leiste voller Eisen hab ich, alter was? ja ja nicht alle Öfen leer ach ja stimmt, ich hab ganz ich hab ja ganz viel mit nach Hause gebracht ja siehste oh alles was Eis ist nämlich jetzt mal so vierte Bisse sind noch nicht abgestürzt, kleiner Zwischenbericht b hh hh war nicht abgestürzt jetzt, warte es kann ja ganz plötzlich sein pf weg hey lol eine Lava Zelle ist wieder weg gegangen egal, ich hab jetzt nur noch 21 pf duh duh du 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 um die ich hab hier noch mal einen Ruppertree ja komm fels ab felsen ab zu spät, bin schon lang vorbei was hast du gesagt, wenn du auf den großen Baum guckst, dann gehen bei dir die FPS runter, gell? ja ok, bei mir auch um 5 total fett ich bin da schau mal in die obere Kiste rein ja der lässt sich das erste mal nur Redbox auffüllen ach so ok warte, die ist gleich voll und ach so, du hast da Eisenblöcke draus gemacht so und jetzt jetzt haben wir auch in der Nacht Strom also, jetzt hat sich da drin gespeichert, immer wenn wir was brauchen, hört's da auf das heißt, wenn ich jetzt da was rein tue, zum Beispiel ja, hol's von da raus ja, was? ahnung, irgendwas wenn ich da zum Beispiel jetzt Cobblestone rein tue ja das geht aber auch nicht viel arg schnell, oder? oh doch oh lol da war das immer von der Energie runter hä, die ist aber voll bei mir hä? warum? hä? äh, in den Generator kann ich keine Lava Cell reinmachen, gell? ja toll, gib mal her da Jamba hat da irgendwas anderes gebaut warum überträgt die Energie nicht, Alter? warte, ich guck mal bei Jamba vielleicht brauchst du da ein Tricabel? äh, die Kabel sind wurscht okay, warte, Jamba hat oh, ich hab wahrscheinlich nur das Glück, ich hab's falsch rum hingesetzt nee Jamba hat nen Geothermal Generator wie baut man gehen? ja, der wird aber schon Geo der wird jetzt seine Energie wahrscheinlich schon aus der Hölle rausholen nee, der macht da können die Lava Cell rein ja, okay, den können wir ganz schnell machen da brauchen wir vier Glas zwei Refined Iron und den Generator hier Jamba äh, Jamba, Pedi ohjo, läuft ja ja, hast du Glas oder so? nein na gut, lass ich dann holen ach du, Refined Iron, mach mal kurz zwei ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab noch die Zellen die Zellen hier ah hab ich, ich hab auch Zellen du musst aber leere Zellen reinmachen ja, dann gib mir welche ja, sofort, ich hab, ich sammle kurz vier Eisen, äh vier Sand äh vier das ist mir der Bad Box da irgendwie so ein Lück weiterleicht Jamba hat da gar keine Bad Box warte, den brauch ich jetzt baue mir den mal ab warte ich brauch Refined Iron ja, warte danke ey, Washington ist jetzt schon wieder hingeworfen was? ach, das geht alles in mein Backpack rein ich bin voll kacke ja eben weggefunden, Idiot tin sind die ganzen Öfen leer? hm? ja ok komm, lass mal, lass mal abspecken gut, gut, komm auf ich hab dir eine Bad Box da echt? ah ja, vielleicht eine große, oder? jetzt keine Unterschiede ach so, ok so ok, da kann ich jetzt die Lava zellen lol, du hast die Lava zellen? äh, die hast du NEIN! ich hab keine Lava zellen vielleicht in die, äh, Kohlekiste mit reingesch... ne, die Miner Backs sind leer alter scheiße, wo ich die aber ich würde schon überhaupt machen lassen hä? ist das schon wieder so ein scheiß Bug, oder? äh, lock dich nochmal an, lock dich nochmal aus und nochmal ein und nochmal aus ja ok, warte das nehmen wir nur nicht da hä? sicher, dass du die nicht hast? ich hab nichts im Inventar und bis auf meine Spitzhacke die Bad Box und zwei Kabel geil wo sind die Junge? ooooh hast du doch... hast die doch? NEIN! JA! sie kriegt eigentlich Energie! BAM! ok ja, jetzt ist die Energie aber weg wo sind diese verkackte Dinger? ach, sie wird bei Jumbo irgendwo in die Kiste reingeschmissen, oder? ja, sicher bin ich so blöd, oder was? äh, die trau ich, die trau ich zu, ey ja, danke, ey Alter, ohne Witz, wo hab ich die hin? weiß ich was mir... jetzt ist die Nacht und es sind... irgendwie keine Monster da jetzt bei Jumbo rein, du Vollidiot wo rein? in Geothermal-Generator was? ich hatte 21 jetzt 47 WAS?! aber der hat echt zu viele gehabt, wahrscheinlich warte mal, da tu ich wieder ein paar rein warte mal, da tu ich wieder ein paar rein oh Junge bock ich die hin? ja, bei Jumbo wahrscheinlich rein, oder? ja, wahrscheinlich so, 21 die können es uns irgendwie viel der Kerl halt eben schon hat wie viel was? der Typ halt eben schon hat ja, klar der hat einfach mal eine Höhle unter sich mhm auch und da baut er die, äh, Büsche an ah ja, komm auf, 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 auf unser Ding braucht Strom Junge wir müssen jetzt halt Jumbo's Grundstück anschauen ich bin neugierig, lass mich hin ja, Alter, der hat schon was... ja, und ne Query hat er auch sich, äh... echt? ja ja, stimmt, die hat einen Livestream, einen Livestream gemacht Alter, hatte ich Query wie? eine Query äh, lol wie viel was braucht man da bitte? die ist doch die, wo die, wo die Steine abbaut, gell? ja Alter, wie viel Dias du da brauchst? ja ha im Ernst jetzt? warte pam lol was? äh, gleich einfach mal alles in den, äh, Generator reingepumpt hat da hat man alles in dem Fest, äh, Feld drinnen gewesen aber schau mal, wie schnell die Bad, Badbox voll wird hast du jetzt die ganzen 21, da hat's reingehauen? ja, die hat er gleich aufgesaugt also, war das vielleicht bei mir auch ein Bug oder du hast die da schon reingegangen, die hat er schon eingezogen ja, aber der kann ja nicht 21 auf einmal anziehen doch, alle fuck, damit haben wir damals, äh, Dinger gestohlen ach, der weiß von nix wenn nicht, wir haben, wir haben ja genug, Tin äh mach, ich hol jetzt, ich hol noch ein paar Zellen, Alter was? ja, warte, ich hab doch noch ein paar Zellen ja, ach so, ja, okay, gut ey, wo hast du die Lava geholt? äh, ja ich hab das halt jetzt markiert als Waypoint ja, dann sag mal, Koordinaten ich weiß halt genau, wo's hingeht egal, ich such einfach mal äh, das ist schon mal falsch, und zwar zurück in die Höhle so, ja, gut soll ich dir die Cordis sagen? nö einfach du findest bestimmt was die 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 Eeeh! Eeeh!